Genau, herzlich willkommen zur Coffee Lecture. Wir zeigen heute Ihnen etwas zum Zutieren in aller Kürze und hoffen, dass uns das auch gelingt bei so einem umfangreichen Thema. Ich bin Sebastian Potschul, mit dabei ist auch Katja Selmig-Kreid, beide von der Universitätsbibliothek. Sie ist Fachreferentin für Soziologie und noch irgendwas? Geisteswissenschaften? Genau, und ich bin im Benutzungsbereich. Genau, dann fangen wir auch an. So, was sehen Sie heute? Wir haben das in drei Felder geteilt. Einmal warum zitieren, dann was zitieren und dann wie zitieren. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Warum sollten Sie zitieren? Dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet, das wir Ihnen zeigen wollen. Das hat eine amerikanische Bibliothek erstellt, das ist auf Englisch. Wir machen es aber mit Untertiteln, sodass Sie das hoffentlich auch verstehen sollten. Genau, soweit erst mal. Ja, wir hoffen, dass Sie bisher eher nicht so wie Diane gearbeitet haben und es eher wie Jack gemacht haben. Ja, und ansonsten wollen wir Ihnen jetzt zeigen, wie es genau geht. Warum sollten Sie also zitieren? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sie sollten zeigen, was bereits zu dem Thema ausgesagt wurde, zum Beispiel welche Theorien es gibt, welche Methoden bereits dazu angewandt wurden, ob es Forschungsergebnisse gibt, Zusammenfassungen oder ähnliches. Sie zeigen damit auch, in welcher Beziehung Ihre eigenen Aussagen zu den Arbeiten von anderen stehen. Sie können damit besser Ihre eigene Argumentation in Ihrem Text stützen und entwickeln. Und Sie können auch den Untersuchungsgegenstand in Ihren eigenen Text integrieren, das bei Primärquellen. Wenn Sie Primärquellen nutzen, zum Beispiel so. Sie können auch zitieren, um Aufmerksamkeit, Anschaulichkeit und Spannung zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Zitat in die Einleitung packen oder in Ihre Schlussbemerkung. Und wenn Sie nicht korrekt zitieren und die Leistung von anderen als Ihre eigenen ausgeben, entsteht dadurch ein Plagiat. Es gibt viele verschiedene Arten von Plagiaten. Da gibt es zum Ersten das Textplagiat oder auch das wörtliche Plagiat. Da übernehmen Sie einfach Passagen aus anderen Texten in Ihren, weisen die aber nicht als Zitat aus. Das paraphrasierende Plagiat oder Ideenplagiat ist dann quasi das, wenn Sie indirekte Zitate benutzen, fremde Gedankengänge in eigenen Worten wiedergeben und auch diese nicht kennzeichnen. Ein Übersetzungsplagiat, das sagt ja schon der Name, ist, wenn Sie Zitate aus einer anderen Sprache übernehmen, diese aber nicht kennzeichnen. Dann gibt es das Alibi-Plagiat. Da können Sie richtig zitieren mit Referenz in Ihrem Text. Aber es fehlt dann die Distanz zum zitierten Text, zum Beispiel, weil Sie die Satzstruktur komplett übernehmen, das aber nicht in Anführungsstriche setzen, quasi aus einem direkten, ein indirektes Zitat machen, ohne es zu verändern. Auch das ist ein Plagiat, wenn Sie da korrekt zitieren. So viel zu warum. Dann kommen wir zum Was-Zitieren. Was sollten Sie zitieren oder was können Sie alles zitieren? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, also nicht nur Wörter oder Texte, sondern auch zum Beispiel Ideen, Formeln, Forschungsergebnisse, Interviews, jede Art von Daten, aber auch Bilder oder auch Transkripte von Audiodateien zum Beispiel. Sie sehen hier rechts so ein kleines Bild abgebildet. Also dieses Bild nennt sich auf den Schultern von Riesensitzen und soll so ein bisschen den Vorgang des Zitierens verdeutlichen. Also Sie setzen sich auf die Schultern von Riesen. Sie müssen nicht alles neu erfinden, wenn Sie Texte schreiben, sondern Sie können die Arbeit von anderen nutzen. Was müssen Sie nicht zitieren? Zum Beispiel wäre das Allgemeinwissen. Was ist Allgemeinwissen? Das ist alles, was Sie bei der Mehrheit der Bevölkerung als bekannt voraussetzen. Zum Beispiel mathematische Formeln, die Allgemeinwissen sind, wären zum Beispiel A² plus B² gleich C², Satz des Pythagoras, oder auch solche Dinge wie Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Ebenfalls Dinge, die quasi nicht Allgemeinwissen sind, die Sie aber auch nicht zitieren müssen unter Umständen, sind Dinge, Methoden, Formeln oder was auch immer, was in Ihrem Fachgebiet allgemein bekannt ist. Eigene Werke brauchen Sie auch nicht zitieren, aber nur, wenn sie noch nicht veröffentlicht wurden. Und wenn Sie einmal einen Zweifel haben, muss ich was zitieren oder nicht, dann lieber zitieren. Lieber einmal mehr zitieren als einmal zu wenig. Das schadet nicht, im umgekehrten Fall natürlich schon. Welche Literaturarten sind nicht zitierwürdig? Lexika, allgemeine Lexika sollten Sie eher nicht verwenden. Auch Wikipedia, das haben Sie wahrscheinlich schon öfters gehört. Lehrbücher auch eher nicht. Das kommt halt darauf an. Wenn Sie jetzt für eine Einleitung oder für einen Definitionsteil Lexika oder Lehrbücher nehmen möchten, dann kann man das machen. Da würde ich dann aber eher nicht allgemeine Lexika nehmen, sondern Fachlexika. Seminararbeiten, Vorlesungsskripte, die bitte auch eher nicht verwenden. Meistens wird in diesen Skripten und in diesen Arbeiten ja auf Originalquellen eingegangen und dann suchen Sie sich lieber diese Originalquellen heraus. Populärliteratur wie Romane, Boulevardzeitungen, Publikumszeitschriften, also solche Zeitschriften, die Sie an jedem Kiosk kaufen können, die auch nicht zitieren. Es sei denn, Sie schreiben in Ihrer Arbeit, also das ist Gegenstand Ihrer Untersuchung. Wenn Sie eine Arbeit über die Bild schreiben, dann können Sie die natürlich verwenden. Dann ist es nicht mehr aber Sekundärquelle, sondern die Primärquelle. Private Websites, da sollten Sie wirklich schauen, sind die wissenschaftlich, ist das wissenschaftlich geschrieben? Das sollte man kritisch prüfen. Es gibt zum Beispiel Professoren oder Wissenschaftler, die Blogs betreiben und Sachen da veröffentlichen. Das könnte denn unter Umständen, könnten Sie das verwenden. Genau, und dann macht auch meine Kollegin weiter mit dem Teil, wie zitieren. Bei mir geht es jetzt darum, wie man zitiert, also um das Formale, worauf man achten sollte, damit alles so aussieht, wie es aussehen muss. Wie zitiere ich? Eine Zitation hat immer drei Elemente. Die besteht zum einen aus dem Zitat selber, als Information aus der Quelle, also aus dem Buch, der Monografie, dem Zeitschriftenaufsatz, woher auch immer man zitieren möchte. Das kann ein wörtliches Zitat sein, wo der Text aus der Quelle wirklich Wort für Wort wiedergegeben wird, oder ein indirektes Zitat, wo der Inhalt sinngemäß wiedergegeben wird. Darauf werde ich gleich noch mal genauer eingehen. Nach dem Zitat selber folgt der Quellenverweis im Text. Der kann als Kurzbeleg erscheinen, so wie wir das jetzt hier haben, direkt im Anschluss an das Zitat in Klammern. Es kann aber auch in einer Fußnote zitiert werden oder mit einem alphanumerischen Kürzel, was dann später im Literaturverzeichnis aufgelöst wird. Dieser Quellenverweis schließt immer direkt an das Zitat an und es muss immer klar sein, worauf er sich genau bezieht. Da werde ich auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und dann gehört als drittes Element zu einer Zitation der Vollbeleg im Literaturverzeichnis. Das Literaturverzeichnis steht immer ganz am Ende ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Und da finden ihre Leserinnen und Leser dann die vollständigen bibliografischen Angaben zu allen verwendeten Quellen, sodass sie das dort auch noch mal nachlesen oder auch nachprüfen können. Ich hatte eben schon gesagt, man kann einen Unterschied machen zwischen den wörtlichen und den indirekten Zitaten. Wörtliche Zitate eignen sich dann, wenn man Definitionen bestimmter Begriffe wiedergeben möchte, wenn in der Quelle, die man verwendet, ganz besonders prägnante Formulierungen drin sind, die man gerne im Wortlaut wiedergegeben hätte. Solche wörtlichen Zitate schreibt man immer in Anführungszeichen, so wie wir es eben in dem Beispiel auch hatten. Und die müssen wirklich Buchstaben- und Zeichengetreu sein. Also Sie dürfen da nicht irgendeinen Komma weglassen oder das leicht umformulieren, weil es Ihnen besser gefallen würde, sondern Sie müssen es exakt so abschreiben, wie es da steht. Wenn Sie Auslassungen machen oder etwas ergänzen, dann müssen Sie das durch eckige Klammern kennzeichnen. Das kann sinnvoll sein, um das wörtliche Zitat, wenn es sich dabei zum Beispiel nur um einen Satz Teil handelt, in den gesamten Satz, den man in seiner Arbeit schreibt, sinnvoll grammatikalisch einzufügen. Der Quellenverweis folgt, wie ich das eben schon gesagt habe, immer unmittelbar nach diesem wörtlichen Zitat und muss immer eine Seitenzahl enthalten, damit man eben nachvollziehen kann, wo genau in dem zitierten Werk genau dieser Textteil steht. Unten haben wir ein Beispiel dafür. Das ist so ein Zitat nur eines Teilsatzes. Das Beispiel lautet, das Parkinson schon gesetzt besagt, dann folgen die Anführungszeichen und eckige Klammern mit drei Pünktchen, die signalisieren, dass da ein Teil des zitierten Satzes ausgelassen wurde. Und dann geht es weiter mit Work expense so as to fill the time available for its completion und anschließend der Beleg. Etwas anderes sind indirekte Zitate. Ich hatte schon gesagt, da wird der Originaltext in eigenen Worten sinngemäß wiedergegeben. Man nennt das auch eine Paraphrase. Es kann auch eine Zusammenfassung sein, dass man eben die wichtigsten Inhalte des Zitierten oder die Inhalte, die für das, was man selber aussagen möchte, am wichtigsten sind, hier zusammenfasst. Dann braucht man keine Anführungszeichen, aber man muss durch Formulierungen kenntlich machen, zum einen, dass es sich da um ein Zitat handelt. Das heißt, dass man da Inhalte, die nicht auf dem eigenen misst, sondern auf dem einer anderen Person gewachsen sind, zurückgreift. Und es muss auch immer klar sein, von wo bis wo der zitierte Textteil reicht. Das heißt, Sie müssen das einfach durch Formulierungen deutlich machen, indem Sie zum Beispiel sagen, nach Müller-Meyer-Schulze verhält es sich mit den roten Blutplättchen so und so oder Ötzkan stellt da bla bla bla. Also durch Ihre Formulierungen können Sie kenntlich machen, dass es sich um ein Zitat handelt und von wo bis wo es reicht. Manchmal setzt man einen VGL-Punkt, bevor man die Quelle nennt. Das ist nicht bei allen Zitierstilen so. Auf Zitierstile komme ich auch nachher noch mal kurz zu sprechen. Und das macht noch mal besonders deutlich, dass es hier eben um ein indirektes Zitat geht. Aber wie gesagt, das wird nicht immer verwendet und hängt vom Stil ab. Ein Beispiel für so ein indirektes Zitat ist das analoge Beispiel sozusagen zu dem, was wir vorhin als wörtliches Zitat hatten. Nach dem Parkinson'schen Gesetz benötigen Menschen für eine Arbeitsaufgabe umso länger, je mehr Zeit sie haben, diese zu erledigen, unabhängig vom Arbeitsaufwand. Ich habe also die Inhalte an dieser Stelle mit eigenen Worten wiedergegeben. Worauf muss ich nun achten beim Zitieren? Prinzipiell sollte man indirekte Zitate gegenüber Direkten bevorzugen. Das zeigt auch noch mal besonders, dass man sich wirklich mit den Inhalten auseinandergesetzt hat. Und man produziert auf diese Weise auch wirklich einen eigenen Text und kommt nicht in die Versuchung, eine wissenschaftliche Arbeit als Puzzle aus aneinandergereihten wörtlichen Zitaten zusammenzubasteln. Direkte Zitate sind aber in den Fällen, die ich eben genannt habe, zum Beispiel, wenn Sie eine Definition wörtlich übernehmen möchten, sehr sinnvoll und sollten dann da eben auch verwendet werden. Sie sollten Zitate möglichst aus der Originalquelle übernehmen. Sie werden immer mal wieder Sekundärliteratur lesen, in denen wiederum auf andere Literatur verwiesen wird, beziehungsweise in denen selber schon Zitate vorkommen. Wenn Sie dieses darin zitierte Zitat selber zitieren wollen, jetzt wird es kompliziert, sollten Sie immer sich aus einer Bibliothek Ihres Vertrauens die Originalquelle suchen und dort noch mal genau nachlesen und von dort das Zitat übernehmen. Denn es ist schon oft vorgekommen, dass an einer Stelle mal falsch zitiert wurde und andere Autorinnen und Autoren das dann aus dieser falschen Übernahme wiederum übernommen haben und so in einer Art Stille-Post-Effekt das Ganze weitergetragen wurde, bis irgendjemand mal im Original nachgelesen hat und gemerkt hat, dass da ein Fehler bestand. Sie sollten Zitate immer klar von Ihrem eigenen Text abgrenzen. Das hatte ich eben schon gesagt. Es muss immer klar sein, was ist von Ihnen, was ist von der Person, deren Ideen Sie zitieren. Der Quellenverweis muss ebenfalls eindeutig dem Zitat zugeordnet sein. Es kann mal sein, dass Sie mehrere Quellen in einem Satz zitieren. Es muss klar sein, welcher der Belege, die Sie dann anbringen, zu welchem Zitat gehört. Und Sie sollten auch wirklich nur zitieren, was für die eigene Argumentation nötig und sinnvoll ist. Wenn Sie eine soziologische Arbeit über das Thema Arbeit schreiben und denken, oh, wenn ich sowas schreibe, dann muss ich unbedingt Karl Marx zitieren, dann basteln Sie da irgendein Zitat von ihm rein, auch wenn es eigentlich für Ihre Argumentation gar nicht notwendig und sinnvoll ist. Das ist nicht, ja, so ist es nicht gedacht, sondern Sie sollten wirklich nur die fremde Literatur hinzuziehen und zitieren, die Sie für Ihre Argumentation brauchen. Und schließlich sollten Sie formal einheitlich zitieren. Es gibt über 9000 Zitierstile. Das ist kein Witz. Die unterscheiden sich durch allerlei Formalia. Bei dem einen ist an einer Stelle ein Komma oder ein Semikolon, wie auch immer. Bei dem anderen nicht. Sie sollten sich einen auswählen und den durchgängig verwenden. Fragen Sie gern Ihre Dozentin oder Ihren Dozenten, ob die irgendeine Präferenz haben und verwenden Sie dann diesen Stil. Zitierstile kann man ganz grob in drei Gruppen klastern. Einmal Quellenverweise im Text, ein Beispiel ist der APA-Stil, also der Stil der American Psychological Association. Da folgt hinter dem Zitat in Klammern der Nachname des Autors oder der Autorin das Erscheinungsjahr, ein P-Punkt für Page und dann die Seitenangabe, so wie das darunter dargestellt ist. Dann gibt es den Fußnotenstil. Den gibt es beispielsweise bei der Modern Language Association. Da steht hinter dem Zitat eine hochgestellte Ziffer, die auf eine Fußnote verweist und in dieser Fußnote erscheint, wenn man das betreffende Werk zum ersten Mal zitiert, ein Vollbeleg und ab dem zweiten Mal ist bei vielen Zitierstilen dann nur noch der Nachname und das Erscheinungsjahr und natürlich bei einem wörtlichen Zitat dann auch die Seitenzahl, aus der man etwas übernimmt. Dieser Fußnotenstil ist im deutschsprachigen Raum oder war vielleicht auch im deutschsprachigen Raum besonders verbreitet. Inzwischen, würde ich sagen, sind die Quellenverweise im Text häufiger. Und dann gibt es noch das sogenannte Referenzkürzel. Das ist ein alphanumerisches Kürzel, mit dem man sich auf ein Werk bezieht und für welches Werk es steht, das wird dann später im Literaturverzeichnis aufgelöst. Das ist in bestimmten Fächern wie der Informatik verbreitet. Das Literaturverzeichnis steht, wie ich schon gesagt habe, ganz am Ende ihrer wissenschaftlichen Arbeit und darin werden alle Quellen genannt, auf die sie in ihrem Text Bezug genommen haben. Und zwar mit allen nötigen Angaben, sodass die Person, die ihre Arbeit liest, die Originalquelle auffinden und ihr Zitat darin nachschlagen kann. Sie sollten aber tatsächlich auch nur die Quellen aufführen, die sie wirklich zitiert haben und nicht noch irgendein schönes Buch mit draufschreiben, was sie im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit ihrem Thema auch noch gelesen haben, ohne es dann wirklich im Sinne eines Zitats zu verwenden. Also da darf nichts drinstehen, was nicht zitiert ist. Das Literaturverzeichnis steht am Ende des Textes und es ist alphabetisch geordnet. Wenn mehrere Publikationen desselben Verfassers oder derselben Verfasserin darin auftauchen, dann ordnet man auf einer zweiten Ebene nach Erscheinungsjahr aufsteigend. Wenn Sie sich jetzt fragen, Hilfe, Hilfe, bei 9000 Zitierstilen und so vielem, was man da falsch machen kann, was kann mich dabei unterstützen? Es gibt Software, die genau dafür gemacht ist, Sie dabei zu unterstützen, einheitlich und korrekt zu zitieren. Hier an der UB der TU bieten wir Schulungen zu zwei Literaturverwaltungsprogrammen an. Zotero ist ein welloffenes Programm und besteht für jeden kostenfrei zur Verfügung. Citavi ist eigentlich ein kostenpflichtiges Programm, aber als Mitglied der TU können Sie unsere Lizenz für Citavi nutzen. Und ja, für beide Literaturverwaltungsprogramme bieten wir Schulungen an. Ansonsten, wenn Sie ein ganz spezifisches Problem haben beim Schreiben Ihrer Arbeit, sei es beim Zitieren oder im Umgang mit Literaturverwaltungsprogrammen, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine Mail an info.ub.tu-berlin.de und dann werden Sie geholfen. Ja, das wäre es von unserer Seite. In aller Kürze zum Zitieren. Natürlich gäbe es an allen Ecken und Enden noch viel mehr dazu zu sagen und es gibt viele Kleinigkeiten, die man auch noch beachten muss. Aber das sollte jetzt einmal ein erster Einstieg sein und Sie vor den gröbsten Fehlern bewahren und Ihnen ein paar Tipps geben, worauf Sie achten müssen. Jetzt wäre noch Zeit für Fragen. Es ist ein bisschen schwierig, das so abstrahiert und ohne ein konkretes Beispiel zu beschreiben. Wenn Sie mehrere Sätze sinngemäß wiedergeben nacheinander und die gehören alle zu demselben, die sind alle aus derselben Quelle, dann können Sie diesen Absatz damit einleiten, dass Sie sagen, nach Michel Foucault entsteht Macht aus bla 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 und das kann dann durchaus über mehrere Sätze gehen und im Anschluss daran, da, wo der Teil, in dem Sie Foucault wiedergeben, endet, da steht dann der Beleg. Das wird dann durchaus deutlich. Es gibt aber auch Fälle, wo das leicht missverständlich sein kann oder wo es so klingt, als wäre nur der erste Satz von Foucault übernommen und anschließend kämen noch eigene Gedanken. Das müssen Sie wirklich sprachlich einfach deutlich machen. Und wenn Sie da im Zweifel sind, vielleicht lesen Sie es einfach Ihrer Mitbewohnerin oder irgendjemandem noch mal vor oder überlegen Sie sich noch mal, wie es für Sie klingen würde, wenn Sie eine außenstehende Person wären. Wäre da für Sie klar, worauf sich der Beleg bezieht? Wobei ich das jetzt so verstanden hatte, dass die Frage oder Fragende meinte, ob man jedes Mal schreiben muss nach XY und ob es nicht reichen würde, einfach nur den Beleg am Ende anzugeben und das würde ich schon sagen, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall, genau. Nur wenn Sie mehrere Leute zitieren hintereinander, dann sollte nach jedem Teil, also wenn Sie sich einmal auf Foucault und einmal auf Julius Butler und einmal auf jemand anderen zitieren, dann sollte nach jedem Teil direkt der Beleg kommen für das Werk, auf das Sie sich berufen. Genau, und das können ja für einen Teil auch durchaus mehrere sein. Das geht auch. Also Sie können auch mehrfach Zitat machen. Genau, also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie sagen, in der Philosophie gibt es mehrere Vertreterinnen der Auffassung, das bla bla bla, und dann schreiben Sie in Klammern zum Beispiel, und da könnten Sie dann auch mehrere Personen anbringen, die diese Auffassung vertreten. Wenn Sie sehr nah in der Formulierung an dem Original dran sind, also so, dass es quasi einfach nur eine Übersetzung ist, dann würde ich tatsächlich sagen, dann zitieren Sie lieber wörtlich. Ansonsten, wenn Sie sich davon ein bisschen entfernen und einfach die Inhalte mit Ihren eigenen Worten in einem größeren Satz wiedergeben oder so, dann ist es aus meiner Sicht okay, wenn Sie das selber übersetzen und da auch nicht nochmal extra das kenntlich machen, dass das Ihre Übersetzung ist. Denn wie gesagt, ein indirektes Zitat ist ja immer etwas, was man mit eigenen Worten wiedergibt und in diesem Fall eben in eigenen Worten in deutscher Sprache. Sie geben ja auch immer den Beleg der Originalquelle an und wer möchte, kann sich die dann ja auch anschauen. Dann vielen Dank fürs Kommen und vielleicht bis zur nächsten Coffee Lecture.